halli hallo da ist der gusua wieder am start wieder am suchten immer noch nutze ich natürlich meinen boost den ich noch drin habe und immer noch habe ich diese scheiß verstopfte nase die mich schon ein bisschen ankotzt aber so ist es halt ich hoffe ihr könnt mir da verzeihen ich hätte auch gedacht wieder richtig krass also die gegner echt ja viele richtig inaktiv richtig hart richtig nice leute richtig weiß und hier kostet natürlich jetzt mittlerweile auch jeder angriff einfach mal 900 gold nicht mehr 750 aber das ist nicht das thema das kriegen wir hin so von oben rein aber wenn beide in fernos losballern wir haben die expos auf 4 das ist ein bisschen sehr krass also man man darf sich dann wirklich mit der queen nicht zu viel trauen also ich sage mal man lacht über ein expo man lacht über zwei expos aber irgendwann ist dann auch ende und die gesamte kombination der sachen ist dann einfach zu hart elix elix hat er elix hat er und elix würde ich auch bekommen das wäre kein thema da könnte ich eventuell noch ein king rein wenn der da so rein watscheln würde ach leute was soll es was soll es wir haben holz zack jetzt kommt ja ist ja klar ich meine springtrap hätte ich da natürlich auch verwendet also mal ganz klare sache da hätte ich schön ja genau läuft als ob hier du mir hier mit deiner kleinen queen hier die hose aus siehst oder was ich bin der king im ring ey ah schade und hier genau dasselbe wenn er denkt dass er mich mit dem king hier fesseln kann ihren ''ne ne 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 ne年' und er sagt ja auch ziemlich cool hat der king sich sogar sein weg in richtung town hall gebahnt jetzt haben wir aber wirklich, dass was hier wichtig ist das was hier wichtig denn jetzt geht gleich die kanone weg ganz genau dann kommt die nächste kanone oder das lager mal gucken ja genau schön und er die wird sich auch noch das dunkle lager holen denke ich mal erstmal die kanone und ganz genau. Und jetzt denke ich das dunkle Lager. Und... Nee, okay, aber als nächstes dann. Das tut nicht weh. Cooles Ding. Haben wir Glück? Ich glaube, sie wird sich jetzt eher mit der Kaserne beschäftigen. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, eher geht sie raus oder halt wirklich auf das Lager hier. Dann geht sie jetzt raus, klar. Kriegt sie das Gold? Ja, aber das Gold ist halt nicht viel drin. Aber wir haben noch anderthalb Minuten. Das heißt also, wir haben noch längst nicht alle Karten auf dem Tisch. Wir können hier noch mal richtig losplashen. Gold ein bisschen was kriegen wir. Naja. Das ist nicht viel. Ah, schade. 50% easy peasy. Das ist gar kein Ding. Sie wird aber... Geht sie rein? Geht sie rein oder geht sie nicht rein? Das ist hier die Frage. Die Miene noch, die Kaserne ist dann noch zu dicht dran, oder? Ja, doch. Sie geht doch rein. Cooles Ding. Ja, das Lager ist jetzt... Yeah. Juhu. Vielleicht hat er noch schön was in der Clanburg, die wir eben noch wegnaschen können. Juhu. Ja, also ich freue mich halt einfach wieder, dass es halt wirklich wieder so drin ist, wie früher mit der kleinen Prämisse, dass ich halt eben probieren möchte. Ah, geht noch mehr? Geht noch irgendwas in Kombination? Und halt wirklich wie am Ende die Schweine beziehungsweise mit Walküren und so weiter und so fort. Einfach wieder so ein bisschen was üben und machen und tun und verbessern. Klar, war jetzt nicht der Hit. War auf keinen Fall der Hit. Wenn man überlegt, was da reingegangen ist, muss man sagen, war das eher ein Griff ins Klo. Nicht Gryffindor, sondern Griff ins Klo. Können wir damit schon was reißen? Klar. Junge, läuft bei mich. Denkt man auch riesiges Chaos, total inaktiv, aber kein Loot. Guckt mal hier. Da, das sticht mir gleich richtig ins Auge. Da müsste man reinkommen. Dann hat er aber wiederum 40er Helden, die eine richtig wegballern. Das lohnt nicht. Das lohnt wirklich nicht. Also, nö. Alter, sind die alle inaktiv. Richtig kranker Scheiß. Ganz ehrlich, dann hauen wir mal kurz hier unsere Queen rein und nehmen die Paarpokale halt mit. Zack. Juhu. Alter, ich glaube, der hat auch keinen Spaß mehr am Spiel. Ohne Witz. Town Hall 11, dann Achtermauern. Oh, du wirst da nur gebumst. Sorry für die Ausdrucksweise. Ah, das sieht ziemlich nice aus hier. Hier, also, ist nicht viel, aber hier, hier, hier. Und das ist dann schon wieder eine Sache, die, äh, ziemlich lustig ist. Gucken wir mal, wo wir es von der CB haben. Ne, beziehungsweise, erst mal gucken, wann der Minenwerfer hier fertig ist. Und wenn der nämlich durch ist, dann würde ich gerne meine Mauerbrecher setzen. Fast ein bisschen übertrieben. Ach, kennt er ja. Huso. Übertreibt halt gerne. Ich muss gucken, der hat Magier. Der, ich gehe da absolut no risk ein. Auf keinen Fall. Mit Magiern ist nicht gut Kirschen essen, weil die spucken sie dir direkt ins Gesicht. So sieht es nämlich aus. Und dann stehst du da, mit offenem Haar, ohne Gisela. Ja. Ne, also da ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Klar, Päcker natürlich auch. Lunes, die sieht man immer noch relativ gut. Aber ganz ehrlich, so eine Päcker, ey, die kann sich auch mal ganz von hinten schön anschleichen. Und du denkst dir, oh ja, passiert ja gar nichts, passiert ja gar nichts. Und auf einmal ist Päckerchen da, und du bist nicht mehr da. Und das ist dann absolut unfresh. Oh, Riesenbombe. Oh. Schade, schade. Wäre natürlich echt geil gewesen. Mal gucken, ob die sich da vielleicht so ein bisschen, wenn die jetzt das Labor hier rüber, ja genau, kill das so, dann hast du nämlich nichts mehr weiter, was dich draußen hält. Ah, scheiße, die baut sich hier durch. Ich habe noch einen Heiler, also da jetzt die Situation hier, stört mich gar nicht, die juckt mich null, weil ich habe noch einen Heiler in der Hinterhand, also das passt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dann komplett rausrennt. Mach das mal bitte nicht. Queenchen. jetzt gehen wir bitte langsam auf die Luftabwehr, sonst haben wir ein kleines Problemchen. Ejo, jetzt geht sie, aber, juhu, ja und trau, ne, ja, du kannst das, du kannst den Loot so ein bisschen einsammeln, aber viel ist da nicht. Jetzt mal ohne Witz. Und dafür haue ich jetzt keinen LX mehr raus, für den Spell. Da geht sie mir hops, das ist egal. War nicht so, wie ich es wollte. Auf keinen Fall. Hätte besser laufen müssen. Aber so ist das. Das war es jetzt mal wieder für die Folge. Wieder ein bisschen mehr Gold, aber ich will eigentlich nicht das Goldig, wie das LX. aber gut, das kriegen wir auch noch auf der Reihe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.